So, hallo und herzlich willkommen. Jetzt noch ein kurzes Video und zwar geht es um den einen von den zwei Gamma-Containern, die ich ja vor Giveaway habe. Und einer, den habe ich schon dem Gewinner gegeben, an den Essa, und der andere hätte der Sascha Müller gewonnen. Der hat sich nur leider auf meine Kommentare noch komplett gar nicht gemeldet. Also ich habe ihn, glaube ich, fünfmal angeschrieben und habe ihm zwei Terminvorschläge gegeben, aber kam, wie gesagt, noch gar nichts zurück. Und deswegen sage ich jetzt, weil ich das auch nicht komplett ewig lang ziehen will und ich auch nicht mehrere Giveaways parallel machen will, haue ich jetzt den Container direkt nochmal raus. Ist halt klar, natürlich, wenn die Leute sich, sage ich mal, melden auf das Giveaway, ist ja in Ordnung, aber wenn sie dann natürlich den Kanal nicht verfolgen und nicht merken, wann das ausgelost wird und sich dann quasi nicht mehr melden, jo, dann kann ich auch nichts machen. Tut mir leid an ihn, aber ich denke, da werden sich noch einige jetzt drum freuen, wenn die jetzt die Möglichkeit haben, unter diesem Video den Container wieder zu gewinnen. Und ja, also ganz einfach, kommentiert einfach Hashtag Aktiv in die Kommentare für die aktiven Zuschauer. Und ja, ihr verdient es auch. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Gamma-Container. Am Montagabend werde ich die Verlosung machen, diesmal nicht so lange, weil es jetzt, wie gesagt, auch die zweite ist und dann warten auch noch einige andere Giveaways jetzt in den nahen Tagen. Und ja, wenn ihr es feiert, gebt einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare, Hashtag Aktiv. Ich freue mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!